Was geht, Freunde? Willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Mein erster Spiel ist Outlast und ich glaube schon, dass ich mich erschrecken werde. Und sorry, auch wenn es zu oft passieren wird. Outlast habe ich zuletzt so 2016 oder so gespielt, also ist schon 6 Jahre her ungefähr. Und das ist halt eine lange Zeit. Ich weiß auch ungefähr, wie das Ganze funktioniert und was da auch ein bisschen passiert. Aber ich habe dort auch nur so zwei Missionen oder so gemacht. Mehr auch nicht. Ohne viel zu reden, fangen wir sofort an. Machen wir mal die Softbox jetzt ein bisschen aus. Damit das noch gruseliger aussieht. Da muss ich noch ganz laut machen, damit ich mich noch mehr einscheißen werde. So, machen wir jetzt ein neues Spiel. Ich glaube, wir machen auf normal. Dann fahren wir sofort an. Diese Musik macht mich schon verrückt, bevor wir nicht mal angefangen haben. Okay, wir sind jetzt hier in so einem Auto. Ich glaube, wir fahren jetzt in so ein Brüsselhaus oder so. Keine Ahnung. Also wir machen das Ganze einfach nur, um das zu filmen. Mount Massive Asylms. Keine Ahnung. Okay, wir sind angekommen. Also ich kann mich noch daran erinnern an diese Szene. So, warum hat man die Lust, da hinzugehen? So, nur weil man ein Journalist ist. Okay, ich kann mich hier umgucken. Ich habe hier so ein Dokument. Okay. Also ich weiß nicht, ob die Dokumente wichtig sind für uns. Aber ich weiß, dass wir das Ganze halt aufnehmen müssen. Wir haben jetzt so eine Kamera. Okay. Hier ist so ein Ausweis von uns, glaube ich. Achso, und das ist diese Nachtsicht. Umzuhören oder so. Ja, schlag die Tür noch lauter zu, damit ich noch mehr Angst kriege. Deine Ziele werden in den Notizblock Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen N und gesammelte Dokumente J. Geh mir jetzt einfach mal hier rein. Alter, was für... Geh einfach nur hier rein. Schweinehauten. Ich komm hier gar nicht rein. Uff, klar jetzt. Ja gut, hier ist jetzt auch nichts. Ich bin einfach nur zu dumm, das Spiel zu spielen. Geh mir mal hier rein. Drücke, linke Monsters, um eine Tür schnell zu öffnen. Seite, links. Oh gut, keine Ahnung. Warum soll ich sich jetzt rückhalten? Rechte Monsters, okay. Ich würd nur niemals einfach... Was ist da oben? Ich geh niemals da rein, Junge. Niemals. N, was für N? Geh jetzt hoch. Digger, diese Geräusche, man. Geh mir jetzt einfach mal hier rein. Rein mir mal kurz. Abgeschlossen. Geil. Jetzt auch nichts. Digga, wenn ich schon diesen Monster da oben gesehen hab, dann hab ich schon keinen Bock mehr. Geh mal hier, ne? Zufällig ist das hier auf... Strg, links, okay. Okay, 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 okay. Renn doch mal dahin, ne? Die Tür auf. Würde ich nicht. Ich hätte mich auch gewundert, wenn die Tür auf wäre. Geh mal hier hoch, ne? Wenn der Campcorder einsatzbereit ist, kannst du mit Mausrad nach oben und... Keine Ahnung. Geh mal einfach mal hier hoch. Hier links geht's nicht weiter. Boah, diese Musik, ne? Junge, schreit doch noch lauter. Ich... Keine Ahnung... ...warum man hier reingehen möchte. Okay, 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 okay. Hier rennt F, hier rennt F. F. Geil, Alter. Als ob ich jetzt so Bock hab, das Ganze hier aufzunehmen. Ich glaub, ich mach einfach F. Nee, 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 nee. Ich weiß, dass das gleich aufgehen wird. Das weiß ich noch hundertprozentig. Aber ich werd mich sowieso erschrecken. Hier ist, glaub ich, nichts. Jetzt. Okay. Guck, ich nehm einfach mal nicht auf, damit die Batterie nicht leer geht. Aber ich muss sie auch irgendwie aufnehmen. Was haben wir hier? Batterie, geil. Batterie ist das Wichtigste, hab ich das Gefühl in dem Spiel. Nehmen wir mal das Dokument. Ähm... Ich glaub, ich glaub, das ist auch nicht wichtig. Diese Geräusche, Digga. Das kann doch nicht sein. Niemals, Jünger, Niemals. Erstmal so'n Darm essen. Oder mit so'ner Pizzi am besten. Oder was das auch immer ist. Achso, wash your hands. Okay. Dann seh ich sowas hier. Geil. Läuft da gleich... Blu... Gehen wir mal einfach hoch, ne? Ich muss ja irgendwas sehen. Jo, ist klar, Alter. Mhm. Das hat schon gespeichert. Jetzt bin ich gespannt. Irgendwas muss jetzt passieren. Liberary. Okay. Rücken, linken Maus, hast du... Ja, tue. Mein Gott, Alter. Zufällig ist er runtergefallen. Okay. Hallo. Ja, geht noch lauter, die Musik, bitte. Ja. Er atmet lauter als alles andere. Hallo. Geh mir auf den Sack. Leise jetzt, deine Schnauze. Jo, Dinger. Ist er jetzt da reingegangen? Als ob ich da jetzt einfach so reinge... Mach auf. Natürlich ist sie auch abgeschlossen. Geil. Was ist hier? Nichts. Super. Gehen wir mal hier rein. Geht natürlich nicht. Gehen wir einfach hier zwischen, ne? Was ist das, Alter? Du Bastard, Digga. Wer bist du? Wer bist du? Ist die Frage. Digga. Wir haben eine Kamera einfach. Gehen wir mal hier. Du hast mich in den Apostel. Gehen wir dein Leben, Junge. Du hast eine Beziehung. Okay. Und jetzt? Oh, ich verdorbe oder was? Okay. Ist jetzt aufgewacht. Neues Ziel. Fliehe aus der Nervenheilzeit. Benutze den Sicherheitsterminal. Dein Ziel werden in den Notizen. Okay. Digga. Wie sieht das denn hier aus, Alter? Bin jetzt da runtergekommen. Oder hier. Der Typ hat meine Kamera irgendwie. Oder hab ich die noch? Okay. Ich hab die irgendwie noch. Ich glaub, ich muss diesen Nachtaktivding da nicht benutzen, wenn es so richtig hell ist. Weil dann ist das richtig hell. Hab ich das Gefühl. Ja. Geil. Okay. Hier haben wir noch so ein Dokument. Äh. Dokument. Ne. Jot. Digga. Das ist auch noch richtig viel, so ne? Brauchen wir, glaub ich, nicht. Renne mal einfach, ne? Man sieht ja richtig geil aus hier. Ne, aber einfach den Aufzug, ne? Ich glaub, der ist jetzt tot. Also, der meint, der kommt mit Sicherheitsterminal. Ja, ich kann kein Englisch. Junge, warum entschreck ich mich so krass? Mach die Tür auf. Ja, natürlich nicht. Was das hier schön ist. Digga, frisse. Wer redet da die ganze Zeit? Okay, ich glaub, der ist... Der lebt auch nicht... Ah, wenn er sich anhört. Geil. Geil, Alter. Gehen wir mal hier raus. Geht die Tür zu hoch. Dann gehen wir jetzt raus. Ähm... Für diese Tür ist eine Schlüsselkarte neu. Genau. Notwendig. Okay, die haben wir natürlich nicht. Das hier. Ja, gut, Alter. Aha, ne Batterie. Nimm, 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 nimm. Ja. Hat er gerade die Tür zugemacht? Das ist ja passat, Digga. Wer seid ihr? Ey, Junge, was ein scheiß Spiel, Digga. Also, ich brauch jetzt die Schlüsselkarte, oder was? Geil. Ich dachte, das wär jemand. Oder so ne Pflanze. Was ist hier so? Wieder ein Dokument. Also, ich brauch Batterien eigentlich. Alter, Q, E. Okay, 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 okay. Oh, hallo? Wer bewegt sich ja noch, Alter. Was geht? Ey, der macht ja gar nichts. Gehen wir mal weiter. Ja, hi, ne? Digga, warum? Was ist das für Geräusche? Die machen ja nichts, gefühlt. Was guckt ihr? Geil. Was macht der? Der ist kurz am heulen hier. Okay. Ähm, wie bügt man sich noch mal? SDRG. Gehen wir einfach mal hier rein. Digga, die haben ja fast jeden umgebracht, hier. Machen wir hier irgendwas? Ne. Hi. Ah, doch hier. Ähm. Die Schlüsselkarte, okay. Okay, 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 okay. Ich glaub, ich muss jetzt in diesem... äh, diese Tür da rein, diese Silber, ne? SDRG. Ja, kann ich mal hier durch? Okay. Rennen wir mal erstmal, ne? Warte mal, die Tür zu holen. Hi. Na? Digga. Biss dich. Bastard, alter. Was ein Bastard. Einfach mal wegrennen hier, Junge. Wie komm ich hier raus? Wie komm ich hier raus? Jo. Ach so. Ach da. Digga, was eine Scheiße, ey. Du kannst nach hinten schauen, indem du... Ja, hatten wir doch schon. Okay, hier waren wir, glaub ich, nicht. Hier ist auch nichts. Hier ist so ein Typ halbtot, oder... Er ist schon tot. Erstmal so eine Hand. Geil. Hier waren wir, glaub ich. So, jetzt aber. Okay. Haben wir hier irgendwas? Nö. Okay. Dann loggen wir uns mal ein, ne? Security System. Okay, 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 okay. Erstmal so einen Kaffee trinken, nö. Was macht der? Starte den Generator im Keller. Wir müssen... Er steckt dich im Schrank. Versuche nicht zu kämpfen. Ich glaube, ich mach jetzt Stopp. Also, ich bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Ich glaub, wir müssen jetzt in den Keller gehen. Schreib mal auf jeden Fall in die Kommentare, was ich hier machen kann. Oder... Was ich hier besser machen kann. Weil ich kann mich jetzt nicht so gut auswählen im Spiel. Dann würde ich sagen, das war es mein Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ich könnte mich auch kostenlos abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.